... ... ... Moin! Einen schönen Samstag. Mann, das ging jetzt aber schnell zu lachen. Ah! Oh Gott. Find ich's ja noch mega laut, Mensch. Ah. So. Ähm. Wo waren wir stehen geblieben? Oh Gott, was? Oh ja, mega laggy. Gerade. Das war ultra laggy gerade. Könnte ich noch irgendwas laufen? Nee. So. So. Non-60 FPS an. Äh. Grafikeinstellungen. Vollbild ist ein, aber es ist nicht wirklich ein. Einen Moment. Oh ja, jetzt hört sich das so ungefähr richtig an, ja. I guess. Ja, okay. Ähm. Ach ja, genau. Wir sind ja wieder zurück. Zum Pub. Jetzt geht's auch direkt weiter. Richtige HD-Häuser hier von hinten. Äh. Ach, F war's. Genau. Hm. Sehr gut. Ich denke, das wird heute wahrscheinlich nicht mehr allzu lange laufen. Habe ich das Gefühl. Jetzt, wo ich hier wieder stehe, habe ich irgendwie Flashbacks. Und ich hab das Gefühl, das wird wahrscheinlich vielleicht eine halbe Stunde, Stunde dauern, Leute. Wir sind natürlich wieder Premium aufgehört beim letzten Mal, aber gut. Ich dachte mir, dass sie hier sind. Wer gegen sie wettet, kann ich gewinnen, oder? Habe das Signal gesehen. Wusste, dass sie zurückkehren würden, Corvo. Wir sollten ablegen. Mir steckt was in den Knochen und wenn es die Seuche ist, dann kann ich nicht dafür garantieren, das Boot noch lange steuern zu können. Wir fahren nach Kingsborough Island. Dort haben sie überliegebracht. Gut. Eine letzte Reise dahin, wo der Fluss ins Meer mündet. Dort steht der neue Leuchtturm des Lord Regenten. Soll wirklich sehenswert sein. Werde ich den Kaiser-Train entgegen? Hater-Train. Ach, das war... Lul. Das war jetzt erst Missionsende. Ja, egal. Oder war das nochmal Missionsende? Die Insel ist ein einziges Chaos. Die haben wohl gekämpft. Vielleicht um Emily. Kurz nach der Landung. Ich wette, der Admiral hat sie irgendwo im Leuchtturm gefangen. Wenn Pendleton die erste Runde verloren hat, hat er sich vermutlich irgendwo verschanzt und ist dabei, sich zu Tode zu trinken. Ich vermute, dass Martin den Leuchtturm belagert. Jetzt wenden sie sich gegeneinander. Der Admiral ist machtgierig, Martin eine falsche Schlange und der edle Lord Pendleton ein Feigling. Und Sie? Ich bin etwas enttäuscht, Corvo. Es scheint, als wollten sie besonders brutal sein. Die Reisen mit ihnen waren interessant. Aber heute sehen sie mich zum nächsten Mal zurück. Hätte besser sein können. Meine Hoffnung ist, dass Emily alles heil übersteht. Wenn er mir jetzt nochmal so einen Rückblick da gibt, von wie ich mich verhalten habe in der Mission, ja, dann äh... I guess. Na gut, dann lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit mit der Mission. Binde Pendleton, okay. Das ist natürlich, äh... Okay, eine Gebietskarte. Leuchtturm. Fest und Kingsborough. Und ich bin hier. Okay. Na dann. Na, nein. Wo hatte ich was denn gepackt? Hier hat man es da eigentlich. So. Okay. Was ist noch mal meine Aufgabe? Notizen. Nein. Sieh ich ja schon richtig. Äh... Optional finde Pendleton. Finde Martin. Hm? Achso. Okay. Äh... Gut. Dann darf ich jetzt erstmal aussuchen, wo was das war. Und ich darf jetzt mal checken. Ausfinden, wo was das ist. Sandseitiger Eingang. Hafenseitiger Eingang. Warum ist da ein rotes Dings vor? Und ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Dension, dension, ich weiß. Aber wenn ein Zoo kommt, dann würden wir ja umso mehr normalen Sachen machen, wo man nicht eine Person würdet. Einfach nur durchdash. Oder höchstens halt die Leute außen auch. Verdammte bleiben. Hey! Wir sterben die halt trotzdem einfach, selbst wenn man die nur rauskommt. Was soll das jetzt werden? Oh Mann. Haben da jetzt Lust viele? Okay. Oh, du kannst auch nie aimen. Ist hier... Ist hier irgendwo noch ein... Alternativer. Da unten hätte ich noch was zu hacken, aber das bringt mir nicht so viel. Achso, ja genau. Oh, Herz. Hast du eine Rune? Das ist auch alles hier anscheinend. Hm... Was hat es... Was hat es damals aus sich? Oh shit. Ich kann das hinbekommen. Vielleicht nicht unbedingt... Hä? Okay. Da weißt du, dass ich hier bin. Wieder. Oh, nee. Guck mal krass. Noch so nicht ran anscheinend. Und jetzt noch mehr. Äh... Gib mir dein Blut. Und... Ich nehme dich mal mit, bro. Okay. Ähm... Ähm... Oh, okay. Das habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Hm... Das Ding ausmachen wäre vermutlich nicht so big brain. Irgendwie will ich das Ding jetzt auch nicht hacken, weil... Egal. Ich mache das Ding einfach aus. Ich bin für dich das Ding nämlich auch nicht, denn es könnte Verschwendung sein. Okay. Ähm... Wie war das? Oh. Der halt da ist. So. Ähm... Bolzen. Ich werde hier noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Von sind hier viele Leute. Die Schranke geht nur da ran. Äh... Äh... Scheiße. Was war Schnellspeichern hier? Ach, er wird gut. Zeit für ein Hierher! Irgendwer! Ja! Pass auf! Der kommt uns nicht lebend! Äh... Zielt auf die Beine! Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist! Abschau! Äh... Was sind die denn für Probleme? Ja! Zertreten wie eine Kabelade! Hast du nichts zu lachen! Verdammt! Wo ist er hin? Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ich hab' genug! Ich hab' auch ab! Mh... Ich finde dich schon noch! Oh! Egal! Ich hab' ja einen verschossen! Das ist äh... Shit! Mir reicht's! Ich verschwinde! Ja! Wir wissen... Wir tötet wird befördert! Feuer! Aus der Schusslinie! Höh! Hö! Hö! Gebt's denn noch? Äh... Naja... Nee, das muss nicht sein! Das muss nicht sein! Das ist doof! wir einfach nur erst hier glücklicherweise merken möchte ich nicht wenn ich hier durchtumpe und gefühlt ewig viele leute raus formen einfach ich höre hier was ich höre hier wie ein umaker ich schwöre ich schwöre ich höre das spiel das spiel ist glaube ich tatsächlich gerade ein bisschen laut oder ja 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 ich denke dass das war ein thema vorher darauf achten an denen hätte ich mir anscheinend egal was macht er hier schön bürger bürger und du im stil in der egge merkte ich so schnell keiner okay manipulieren wir auch mal das ist ja nur einer im gesamten weight ah ne kontrolraumschlüssel bestimmt irgendwo der schlüssel der ist doch bestimmt irgendwo offen bei ihr was ist das da munition anscheinend anscheinend ja scheiße hm das ist anscheinend nur einer der schritte gewesen ah super ja okay das funktioniert nicht hm jo dann ich steh'n da lang warum kann ich die karte von da vorne nicht einfach in meiner tasche haben die wird einfach aufgeräumt für mich das ist gut kann ich hier auch können äh 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 da hinten seh' ich doch was ne granata hm hm oh da ist wer oben oh ne shit wenn man direkt hoch nochmal porten könnte dann hätte es vielleicht funktioniert ich bin drin ich bin drin ok 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 vorne ist vorne ist ein Punkt mit zwei Boden mit zwei Schiffen so oh Gott ist hier noch ein Loot versteckt oh ja tatsächlich die sind dumm da hinten lassen sich da einfach abböllern vorhaus entwässerung da ist auch noch ne wall of light da kann man auch nochmal hacken so ein kabelgerät ranhauen ist das alles was sie tun können sie enttäuschen mich Martin warum können sie nicht hier regeln dass wir ein nicht da machen aussieht ist toll hier oben ich bewege mich nicht spielen sie jetzt nicht den helden sie wertlose missgeburt wollen sie mich doch wenn sie so stark sind dämliches blaubluten also sehen wie ihnen das gefällt machen sie blindschleiche jetzt zählen sie doch mal nun werde ich mich erstmal zurückziehen und überlegen wie wir in das wachhaus kommen ich brauche etwas Ruhe so also wenn ich ehrlich bin ich hätte hier jetzt easy instant oh lo au ah Gott ich spring ich küsse euch einfach alle einmal sofort Aua huh hat ich golden jetzt schneiden ich werde ihn nochmal laden oder heisse ah keine auch gut da kommen sie auf einmal alle sind das für arschregen letzter speichelpunkt sie enttäuschen mich machen sie sind dadurch nicht gestorben schade oder oder sind sie ja kommt doch raus was du willst bei den ausgenaukt sind nicht hoch ich weiß dass du hier in der nähe bist abschaut und weiter nie da ist auch noch wer oder ja ja nee das war vielleicht eine ratte die wäre auf jeden fall sneaken notwendig glaube ich was für eine warte warte hallo ok gut knifepot instructions nee brauchen wir nicht so ja genau die rune gleich nochmal gucken an holzen 45 meter ja sieht nach einem herumtreiber aus ok gut dass er den tut einfach ignoriert Normale Kugel Das wir raten, der stirbt dadurch jetzt, wenn der hier runter slidet Ja Guck mal, wahrscheinlich hätte das tatsächlich als KGC Deswegen bin ich mir unsicher, ob das tatsächlich überhaupt funktionieren, Täter mit denen keine Leute töten Hä? Was? Bin ich nicht Krieg ich mal den Bolzen, nicht so? Zeit für die Inger, Irgendwer Jetzt Gott, wo ist der denn jetzt denn? Nein, halt Sag mal Ist der jetzt mit nem scheiß Instrument oder was? Hä? Ach ja, ich kann ja nicht springen, solange der hier rumpögt Warum ist das Ding kaputt? Das ist scheiße Hä? Sind wir gerade hinter? Wer rannt immer noch? Wer rannt immer noch? Ich verschwinde Ich glaube, ja Nee Aua Son of a bitch Ja, schieß der Kollegen in den du kommst Big brain Endlich So, und jetzt nochmal Ach so, das war bevor ich da Was für ne Bande von Idioten Sie haben die falsche Seite für diesen Kampf gewählt Ach Gott Was war das denn? Ich ziehe doch zehnmal daneben Äh Nein Die hole ich mir trotzdem wieder Doch Doch steht jetzt nochmal eine auf oder nicht? Ah ja Einfach zu Staub zerfällt Normale Kugel Hm Ja, nee, nee, nee Kann ich ja direkt erschießen dann Hä? Hä? Er wird mich doch nicht Jetzt kommt er Oder auch nicht? Er wird rollen, oder? Hallo? Marcel Davies? Ah, jetzt Das Ding ist generell kaputt Was denn? Ich weiß, dass du hier bist Hä? Hä? Muss ich Muss ich verstehen Warum? Warum machen die das eigentlich immer so schwer hier? Was ist das für ein Müll? Was ist das für ein Müll? Was ist das für ein Müll? Er hat wieder irgendwie die Leute gerufen? Nee, diesmal nicht Okay Ja gut, das ist auch mein Fail. Save me, noch jemand. Aufstehen, sofort. Wo bist du? Hä? Kommt mir jetzt noch wer? Hey, aufwachen. Hörst du mich? Nein, hört er nicht. Hä? Ist das einfach nur eine Stelle, wo die irgendwie super hellhörig sind alle? Und dann hat es jetzt auf jeden Fall funktioniert. So. Der Dude ist da unten. Hey, oh. Wait. Ich hier gerade. Ach nee. Mal halt ja der in den Schürtel, wenn man ranzoomt, stimmt ja. War ja was. Aber jetzt kommt hier keiner mehr. Erstmal in Ruhe den ganzen Luft wieder einsammeln hier. Ach ja, das ist die Rune, ist da unten irgendwo. Was ist da? Hier hätte ich auch direkt rausspringen können. Aber hier liegt ja anscheinend auch nichts. Also. Hm. Komme ich da hin? Nee, gar nicht. Ach, ist der Bastard. So. Sind wir den auch los? Kann wir uns nicht mehr die Ohren zudröhnen. Hier komme ich. Ja gut. Wobei. Voraus stecken ja nee. Jetzt pendeln. Aber scheint, dass ich darüber. Gehen müsste, theoretisch. Schade, dass ich hier nicht die Webzeuge habe, die Leute zu brandmarken. Mensch. Jetzt hätte ich mir die beiden geschnappt und denen einfach mal so ein schönes, heißes Tattoo gegeben. Auf den Arsch oder so. Insel Kingsbury befindet sich hier mitten des Wrenhaven und war bis zum letzten Jahrhundert nur für Fische und gelegentliche religiöse Zeremonie von Bedeutung. Ich habe gerade Bewegung drin gesehen oder habe ich Mist eingebildet? Das war auf jeden Fall wieder Premium Aben, genau in den Hals oder so oder gerade noch so in die Brust. Das hat ihn natürlich nicht gejuckt. Wie immer. Wie ich suche nach Blut. Ähm. Ähm. Bist du gestorben? Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Ich weiß, dass du hier bist. Das ist auch, dass ihr hier seid. Und jetzt? Und wir wissen, dass wir hier bist. Warum hat der zwei ausgehalten? Der erste war doch definitiv ein Headshot, oder gibt es hier doch den Bullet Drop? Ich hatte eindeutig gerade noch einen Pfeil. Dieses Knie hier. Hast du Glück, dass der Einzige bist, der tatsächlich ausgenockt wird? Naja, was heißt der Einzige? Aber ey, der in Person ausgenockt wird bisher. Hinten ist auch gerade wen lang gesprintet. What the fuck? Was macht er da? Hä? Denkt sich auch, der wäre sicher nur, weil er eine Maske trägt. Sind hier nicht, äh, sind hier auf Twitch. Nicht auf was auch immer, wo auch immer die gerne ihre Pimmchen schauen. Zeit für ein Schrecken. Ja! Ja! Alter, ein Dritten? Du wärst bluten, Schwein! Wo bist du? Ich hab keine Ahnung. Ja! 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 Zieht auf die Beine! Ja! Oh, sch- Oh, shit. Ich fertig bin. Tschüss! Hey! Hä? Hæ? Ich werde dir die..? Ich werde dir die zugebreite rausrechen. O 是! Ich spring auf den Kopf rann! Ich spinne dir auf den Kopf! Wir sind hier bei Advanz Warfare! hat ja irgendwie funktioniert ja ich habe nur erwartet dass sie mich töten so ja ja sehr gut 13 bolzen mensch okay kein alarm sehr schön doch gott man jetzt bin ich auch an so einer scheiß kante so jetzt bin ich jetzt ernst alle nacheinander hier hochsamen wenn ich dich finde hast du nicht zu nein war das jetzt alles natürlich nicht weil er noch so ein maskenkopf kommt oh gott oh shit ich bin einfach verschwunden keine ahnung wo ich bin ihr seid alles jetzt naja gut dass das was wir einfach einmal durchgehen ist alle bloß dass er nicht durch den nippel schott stört sind ja noch welche sind noch wer aufgetaucht kein wunder dass sie auf einmal hier runter gespüttelt kam als ob sie wussten dass ich da sein würde was habt ihr davon steht einfach nur in der tür als ob der nach der granate ruf zwei stück waren oben in der ecke noch jetzt ich will wäre besser gewesen wenn da eine oder zwei auf dem hofen gewesen wären aber In allen Stealth-Games sagen die irgendwie im Endeffekt das Blei, ne? Ich finde dich. Ich weiß, dass du hier bist irgendwo. Ich denke immer an Sniper Elite. Sniper Elite. Meine Hände langweilen sich schon. Zeig dich. Zeig dich. Es werden immer mehr wieder, habe ich das Gefühl. Ich weiß, dass du hier bist. Ich glaube fast, ich muss da, um da reinzukommen, ne? Wo bist du? Richtig, wirklich? Wait. Was ist das? J, genau. Mensch. Nee, ich muss sowieso unten rein noch, ne? Geherrschen. Hm. Hm. Aus den Türen zerschmitteln. Warum lese ich das jetzt erst? Das wäre ja mega nützlich gewesen in so mancher Mission, um wo durchzukommen. Ah. Im Vergleich zur Beherrschung und Zeit verlangsamen. Die ich beide nicht einmal benutzt habe. Wobei doch Zeit verlangsamen habe ich benutzt. Ja. Warum nicht? Direkt Upgraden. Äh. Wie war das noch mit dem Ausrüsten? Äh. Äh. Ah. Hier, genau. Ähm. Ähm. Anstatt dieses Mind-Control-Scheiß. Ah ja, den Windschluss auf Null, I guess. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Ich finde ja, ich bin nichts zu lachen. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschau. Sechs Schuss noch. Äh. Ja, gut. Der hat eine Maske auf. Ja. Da geht er daneben. Ich finde dich schon auf. Oh, shit. Ja, das war natürlich wieder Premium-Skills, I guess. Was? Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Was? Ich weiß, dass du... Wo bist du? Ist gestorben? Äh. Wonach suchst du mensch? Du Maskenboy, ihr geht mir sowieso immer auf den Senkel. Nicht ehrlich bin. Ich finde dich schon auch. Das für ein Move. So. Ja, natürlich kommt da noch wer. Danke für das Auffangen. Ähm. Du bist der Spinner. Oh. Ach. Ach. Die Sterne durch den... Durch das wegbashen schon? Wie war es nur? Ach T. Genug. Ich weiß, dass du hier bist. Ey. Ich will dich den Hunden vorwerfen. Ich bin nirgends. Oh, shit. Du bist der nachgegen. Ich will. Ich will. Der Zettel ist bis auf. Der Zettel. Jochen. Du kannst. Ähm. Da. Du kannst nie klippen mit dir schützen. Du kannst du das nicht klippen. Ich will. Du kannst. Ja ich will. Ich wirst du es gut machen. warum kam die da auf einmal warum so viele tun ja glatt so als ob das irgendeine wichtige person ist die ich für einen zeitquests töten muss dann gehe ich halt langsam da runter die haben auch adleraugen ich weiß dass du hier in der nähe bist abschauen du wirst abschauen und ein toter wenn ich dich finde hast du nichts zu lachen ich habe keine bolzen mehr das ist doch disgusting ich weiß dass du hier in der nähe bist abschauen willst du wissen ja holsten ja ich habe ja auch pistone exklusiv geschossen mich als jetzt wo ok bolzen eine bolzen beim ausprobieren das funktioniert funktioniert ja noch nicht mal mein gut ist ein zerstörbarer tür glaube ich aber egal muss funktionieren selbst bei uns der stadt ist ja nicht den schluss haben es war noch nicht was ich mit dem vorhaben aber springen kann ich doch noch und ja und dann bleibst du erst mal hier wenn die aufgabe ist eliminieren ich nicht eliminieren ist ja die aufgabe ja fehlgestammt das ohne wer drin ne er war es wahrscheinlich weißt du was nur ein extra ich wollte ihn dem auf den kopf schmeißen weißt du das jetzt weiß es das war wenn du kacke egal immerhin habe ich nicht allzu viel hp schaden bekommen und er ist dann jetzt einfach hier oder gesprungen so dann wollen wir mal war ich will noch da unten rein du weißt gar nichts hast du nichts zu lachen er läuft ja jetzt extra hoch und runter ganze zeit hier ist niemand mehr wo genau ah direkt unter mir okay ja und jetzt eine rune die mir nichts bringt geht hier geht hier oh der zweite der definitiv überlebt oder mal schauen mal schauen noch irgendetwas zu holen noch irgendwas zu holen ja okay noch ein schleichpunkt okay aber ist denn wird der weg denn ich hatte ja keine ahnung ich dachte wir hätten schon gewonnen der lord hatte recht sich das mädchen zu schnappen der admiral war nur schnell das kannst du laut sagen er flog ist oben auf marken am tor und wir in der mitte wir sind männer ob leben oder sterben den bleiben wir treu okay meins sind ein paar mehr leute dann muss ich nicht unbedingt lang gehen wahrscheinlich schon noch mal anderen anderen weh oder über oben halt was passiert wenn ich ihn noch mal in die finger bekommen ja nichts i guess ich werde hier noch einmal schweifen in einem es ist nur noch nicht bemerkt und jetzt noch wer hier sieht mich nicht weil ich euch nicht sehen kann hallo warum warum wollte er sich jetzt eben nicht hier was willst du jetzt schon wieder ich finde dich schon noch hier noch oben und unten scheint es sowieso nicht vernünftig zu funktionieren wenn ich jetzt eigentlich nicht sogar direkt über den leuten von eben wenn sie sein oder da könnte sehr gut sein wo ich hier ich glaube ich jetzt bitte nicht jetzt bei der dann geht ja doch hier hoch den vorbeizukommen wir sind wirklich nicht schwer leuchtturmaufzug ja muss ich ganz nach oben kledern also herr flog wird auf jeden fall von der klippe gestoßen ob das spiel nun ich nun und ist jetzt elf gekillt hätte oder nicht einfach würde ich von der klippe schmeißen so wenn ich den schlüssel nicht gehabt hätte und die leute ignoriert hätte würde ich hier einfach ein job oder wie na dann auf geht's hoffen das letzte gefecht da ich jetzt ohne munition nur mit gewehr also ne rette emily dazu könnte ich mir tatsächlich weil es wird wahrscheinlich ewig werden wieder dauern aber hier nochmal irgendwann so ein so ein one go zu machen ohne ohne zu töten würde ich würde ich vielleicht auch noch bringen der wird fallen das ist das problem wenn ich dich bin da hast du nichts ich werde dich die nix der atem täter aua man ey können die mal nicht hier ultra instinkt haben wenn die mal nicht alle ultra instinkt hätten mensch okay so ein leuchtturm erstmal komplett ausschmücken ja ok interessant ich meine ich muss ja schon sagen irgendwie ist es hier schon irgendwo so ganz weit oben irgendwie abgelegen nur auf der höchsten etage wirklich was zu haben so ein haus oder wohnung da bin ich nicht so der fan von ok was ist hier passiert ok holzen nice kann ich gebrauchen ist hier oben eigentlich auch nochmal nee ich schließe dich in den karten kopf sie zu uns die beiden ins waren des schiffs sie lief deinen Namen okay white cliff dunwall sagunto bastillon oder bastelar okay und das ist jetzt einfach nur potters die umgebung sie einfach eine ganz große karte drucken lassen können aber ja nicht mal lesen er hat echt eine sauklau man kann ja noch nicht mehr sein ja noch nicht mal irgendwas lesen oh man oh es wird kompliziert wenn es jemand erfährt verlieren wir alle unseren kopf niemand darf es erfahren könnten wir kontrollieren wenn korbo dabei ist diese frage werde ich nicht los zeit für unseren letzten zug keine offenen fragen nur wenige mitwisser die die am meisten zu verlieren haben und diese kontrolle freaks und ja also ja so ein kind ist jetzt nicht unbedingt beste gegen würde ich mal zustimmen ja man musste dafür dann hier so einen scheiß machen die überall hinpissen ich glaube nicht was ist das für ein ist das ding ist die gelang wo ich jetzt und bewegt dich endlich kennt problem ist halt könnte ihn theoretisch ach komm man stack an nichts wieder wo jetzt ich habe immer gewusst dass du kommst du bist mein held die anderen sind alle tot oder ist in ordnung ich hätte eh alle hinrichten lassen ich werde die kaiserin sein ok mal schauen was hier jetzt kommt das ende was wird in den geschichtsbüchern stehen dass die tochter einer ermordeten kaiserin über einen berg von leichen ihren thron besteigt getragen von einem attentäter namens korbo nein sie werden berichten dass emily caldwin die erste in einer zeit des schreckens und der korruption an die macht kam und dass sie in einer welt ihr bestes tat die weder gut zu kleinen mädchen noch zu kaiserin ist noch zu kaiserin ist noch zu kaiserin ist nennen oder nicht sie wird sich an dich erinnern korbo aber wie er irgendwie erwartet dass das tatsächlich da ist und ich denke mal genau sie wird auch bei bayershop wahrscheinlich auch bei bayershop 2 wahrscheinlich auch nochmal dann irgendwann noch mal einen anderen land machen bei bayershop wäre es denn im endeffekt etwas wo ich alles töte ich habe jetzt nicht wirklich alle getötet aber schon ein paar klingt besonders wahrscheinlich irgendwann nochmal ein wo ich wirklich wo ich versuche naja was heißt versuche wo ich eigentlich gar keinen tun will dann kann ich auch mal meine mana tränke da missbrauchen missbrauchen und verbrauchen aber nur die leute wobei ja da müsste ich beherrschung und und ja eigentlich nur beherrschung müsste ich dann unbedingt mitnehmen glaube ich wobei ja gut durch die wände gucken wir natürlich auch nützlich scheiße ist halt bloß dass man dass man nur zehn knockout bolzen hat man einfach keine ahnung 30 knockout bolzen hätte dann könnte ich einfach jeden einzelnen bob eben schnell ausnahmen aber dann gibt es auch keine dann dürfte es ja eigentlich keine weiner mehr geben weil es sollte die sollen glaube ich dazu kommen wenn man mehr leute vielleicht kommen jetzt gleich noch mal ein abspannende noch mal ein video aber was also der half lock wäre doch dann wahrscheinlich so auch wenn ich ihn ausgenockt hätte wäre er doch wahrscheinlich gestorben oder nicht weil er war da ja mit ihr an so einer kante hätte ich den ausgenockt wäre er wahrscheinlich nach vorne gefallen oder so naja blindlite.com naja blindlite.com blindlite.com naja gut eigentlich müsste ich dafür extra nochmal eine liste machen damit ich das im Hinterkopf walte bau bau bisonert ok rembioshock ok hier gab es ähm muss ich überlegen wie gegen gab es denn noch mal solche sachen und dann ist es halt das gute dass man das einfach ja man kann halt immer die missionen wiederholen uns und dann die einzelnen medaille nochmal holen man muss das nicht alles zum glück ich glaube es wäre auch nicht möglich alle medaillen niemanden töten denn gleichzeitig aber auch schnell sein muss man ja wirklich perfekt planen und dann muss das spiel auch genau so laufen wie sollte muss man schon hin hin in checken wirklich schon bei stück sowie der sich teilweise an orten festhält wo er sich nicht festhalten soll immer schon wieder aggression bei wenn man daran denkt mensch ja aber das auch nicht auch gutes game würde ich sagen also abgesehen davon dass es keine möglichkeit gab seine seine knockout holzner die menge zu erhöhen das spiel ihm also basically sagt töte leute do it do it bitch do it und naja mit den ganzen komischen geschütztürmen drumherum die das eine auch noch mal leichter machen dann leute zu töten kann mir vorstellen dass sie auch erst hinzugefügt werden zugefügt werden wenn man schon so und so viele leute getötet hat könnte ich mir vorstellen aber wer weiß und dann kommt natürlich dann zu 10 die weiner als als menschen getötet wobei die weine halt wahrscheinlich auch generell nur auftauchen wenn man schon leute getötet das ist das weiß ich natürlich jetzt gar nicht ich bin gerade überlegen gab es irgendwie einen punkt wo man wirklich niemanden töten musste ich meine die tipp ich glaube die zieltötungen waren immer optional zum beispiel bei ja bei diensten hier den wieser noch schon gar nicht mehr wieder hieß aber der tut den man dann gebrannt den ich ja dann gebrannt markt habe ich glaube der würde hier überleben wenn man die nur brandmarkt also ich glaube der wäre dann okay gewesen ja die anderen beiden muss man dann ignorieren jetzt zuletzt da gibt es ja keine alternative keine alternative möglichkeit ja jetzt dann war noch immer ich das machen werde aber ich werde es wahrscheinlich machen vielleicht vielleicht mache ich das einfach nur immer mal hin und wieder irgendwann falls wenn ich mal so richtig bock hat zu streamer war aber nicht an einem standard tag sage ich mal so also nebenbei wenn ihr gleich gleich erstmal schluss machen weil ausgelassene frames schon wieder aber diesmal nur 0,3 prozent gestern übertrieben ja gestern war definitiv ja vor der wohl irgendwas runtergeladen auch der grund weswegen ich normalerweise sams ist wochenende und und abends nicht mehr gestreamt habe dann ist mein bruder zu hause und der naja der denkt sich aber ja ich lade halt runter hier das ist mir aber ja was da lübt er bezahlt ja auch dafür also kann ich nicht großartig was sagen zu dem internet ich hoffe einfach dass das nicht allzu oft vorkommt wenn ich dann abends auch noch im stream bin ansonsten muss ich muss ich den plan nochmal wieder umändern das ist ich keine ahnung ja wobei die zeit der zeitbereich ist halt alles in in das muss ich überlegen von 9 I guess bis bis 6 oder so oder nee noch nicht mal 6 eigentlich nur eigentlich nur 5 da da sollte eigentlich nie ein problem sein zumindest in der woche oh naja darum muss ich mir dann gedanken darum machen und solange keine probleme großartig kommen ich habe gesehen von so ab und zu geht das noch wäre natürlich einiges besser in eigenem bruder wenn er mit dem eigenen internet anschluss wo kein arsch sonst noch mit dran ist red game tools big video na kommt hier was auch einfach nur hier könnt ihr jetzt aber noch missionen einfach auswählen dlc dlc habe ich gesagt weil äh dunwall city trials ich bin mir halt unsicher ob das jetzt richtige story dingsen sind oder ob das einfach nur weil hier von dem namen her würde ich jetzt denken das ist einfach nur ein kein namens survival scheiße oder sowas einfach dann wohl das könnte vielleicht richtiger dlc sein ich denke ich werde mir das mal angucken zweifels mal machen wir die hier machen wir dann die drei sachen nächste woche also die bioschock 2 hat mich darauf hingewiesen dass an dlc ist sehen werden wir dann wahrscheinlich auch nächste woche nochmal machen ja da werde ich mal schauen ob das tatsächlich was ist was meine ich jetzt mache ich dann unabhängig guck nochmal ja ähm dann war es das hier vorerst nochmal wieder ich denke wir werden nachher in wait jetzt muss ich überlegen ich glaube ich wollte in warframe reingehen ne shit ich glaube ich wollte in warframe reingehen ich habe ja noch nicht die sachen gefarmt muss ja immer noch den scheiß weitermachen ähm ja entweder warframe oder vielleicht ah ne arvorion wenn ich in arvorion nach heute reingehe dann werde ich wahrscheinlich nur an einem schiff basteln und das mache ich dann wahrscheinlich auch lieber für mich naja anyway wünsche euch dann noch einen schönen schönen samstag und bis später i guess tschüss 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 tschüss